So Leute, willkommen zurück zu Spellunkey 2. Beim letzten Mal hat irgendwas ganz, ganz doof den Geist getriggert. So, wie kriege ich Percy da raus? Eigentlich nur, indem ich hier... Oh Gott, das war falsch. Ey, es hat noch funktioniert. Ja, ich habe eben noch gesagt, weil... Okay, ich muss Percy hier lassen. Ist schon mal leid. Jetzt habe ich das eigentlich extra gemacht, um Percy zu retten. Und jetzt glaube ich hier mein Leben. Uff. Habe ich immerhin die 5000 gekriegt? Ich glaube ja. Ja, dafür habe ich noch ein Leben. Geil. Opferalter. Das wäre jetzt was, ne? Tut mir etwas leid für Young. Weil der natürlich gerne seine... ...seine Truhtähne hätte. Moment. Oh. Fuck. Okay. Gestochen. Skorpion hat mich erledigt. Ein Seil verbraucht, mehrere Seile gekriegt. Genau so soll es sein. Percy, ich komme und hole dich. Ey, ruhig noch ein bisschen Geld drin sein können, ne? Ja, Percy sieht das genauso. Okay. Hier drüben gibt es, außer ein bisschen Kleingeld, nichts zu holen. Dann probieren wir das erst gar nicht. Außerdem ist das hier der falsche Weg. Da müsste ich dann wieder Seile verwenden. Und das will ja niemand. Percy, warte mal. Ich meine, ich habe doch die Kletterhandschuhe. Okay. Ja, das hat mich nicht durch den Sturz ein Leben gekostet, sondern weil ich an das Vieh geraten bin. Ich habe die Kletterhandschuhe gar nicht mehr, ne? Ja, das war der letzten Run. Da habe ich kurzzeitig die Runs durcheinander gebracht. Habe ich hier nicht irgendwo ein Opfer-Alltag? Wer ist dahinter? Ja, da kann ich natürlich nicht hin. So ein Zufall. Ich werde nie darauf kommen, dass du nach Truthäden suchst, ja. Okay. Bitte sehr. Freut mich, wenn ich helfen kann. Ich würde dir eventuell noch einen bringen. Für deinen Schatz. Warte mal hier. So. Mach ich, mach ich. Ich bediene mich gerne an deinem Schatz. So, was haben wir denn hier? Ah ja, ein bisschen Kleingeld. Da hast du aber nicht viel angespart. Aber ich will mich ja gar nicht beschweren. So, Botti. Okay, ich wusste nicht, dass die Falle da ist. Naja, dann habe ich immerhin ein bisschen Geld. Ah, um da unten weiterzukommen, bräuchte ich eine Vase oder sowas. Hier hätte ich eine Vase. Die ich aber dafür natürlich nicht opfern möchte. Da habe ich den Sprung. Ne. Was soll der Geiz? Ich habe das Seil. Dann nehme ich es auch. Dabei könnte jetzt noch ein Seil für mich bei rausspringen. Oder ein Fallschirm. Ich warte mal kurz, dass Monty wieder runterkommt. Und diesmal gehen wir zusammen. Nein. Ist nicht euer Ernst. Das Schlagen von Trommeln. Kombiniert mit Dunkel. Oh Gott. Ich will aber eigentlich nicht in den Wald. eigentlich würde ich viel lieber hier im Gang ein wenig Geld kassieren. Oh, da hat uns der Fallschirm geholfen. So, Fackel noch entzünden. Gibt noch ein bisschen Geld. Ja, jetzt haben wir ordentlich Kohle. Ja, der verkauft Truhteine. Rumpel. 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 Aber mit den Fledermäusen muss man hier extrem aufpassen. Eine falsche Bewegung und man hat es hinter sich. Und den da hole ich mir nicht. Oh, fuck. Das war dumm. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wo ist der Ausgang. Da unten. Fuck. Hat mich ein Stein erwischt. Okay, Indiana Jones und der Hüter des gefallenen, der gefallenen Lava. Oh, wie soll ich Passagen hasse? Ja, bleibt mal da unten bei dem Robo. Okay, da unten ist safe. Okay, okay. Ich habe Pucci nicht. Hätte ich eigentlich holen können. Wäre eigentlich ganz clever gewesen. Oh, fuck. Oh. Oh, da gibt es ein extra Leben. Das nehme ich doch gerne. So, ich darf nicht vergessen, dass auf der rechten so ein Ding steht. So ein Stampfer. der einen auf einen Schlag killen kann. Aber es sieht gut aus. Das hat mich gerade mega in Panik versetzt. Okay. Alter, aber hier geht es noch runter. Links oder rechts? Ich gucke erst mal rechts versus links. Weil ich wollte sagen, wenn es links nicht ist, dann habe ich ein Problem. Aber wir sind durch. Aber wir sind durch. Okay. Okay. Olmec, komm ran. Ja, das war es mit meinem Edelstein. Aber egal, ich habe die Kohle. Jetzt habe ich auch einen relativ großen Sicherheitsbereich. Und ich habe das Geld zusammen. Okay. Okay, ich habe mir wieder mehr Platz gemacht. Okay, Olmec, das ist... Das ist dein Moment. Ich habe keine Bomben mehr. Ich kann mich nicht irgendwo in Sicherheit sprengen. Ich habe mich alle verbraucht. Da ist Madame Valros. Drüben komme ich nicht lang. Seit wann gibt es hier solche Fallen? Die sind recht selten hier in dem Gebiet. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Okay, das vier haben wir irgendwie beiseite geschafft. Percy rennt ohne uns weiter. Das erste ist ja nicht schlimm. Es wird immer erst nach hinten schlimm. Kannst du hier hoch? Blödes Ding, du. Warte. Oh. Jetzt kommen sie aber, ne? Aber solange ich pro Bereich nur ein Leben verliere, ist es okay. Bitte sei mein... Ja, du bist mein Ausgang. Okay. Ich habe hier gerade mega Panik. Oh Gott. Ein falscher Schritt und ich bin weg. Hier ist mir eindeutig zu viel Instant Death. Tut mir leid, Percy. Ich muss dich da unten lassen. Ich bin an dem vorbei. Wenn er nicht guckt, schnell rüber. Boah, da hat mich der... Mich der Fisch gerettet. Okay, sei mein Ausgang. Komm. Ja. Okay. Ich habe... Ich habe für die Abkürzung bezahlt. Halleluja. Bin ich mal gespannt, was sie sich als nächstes einfallen lassen. Für die Abkürzung. Monty, ich komme leider gerade nicht an dich ran. Es riecht nach nassem Fell. Okay, ich... Ich weiß, ich habe schon einen befreit hier. Dementsprechend ist der da niemandem Neues. Oh Gott. Ja, das war es für mich. Aber ist egal. Ich habe die Abkürzung. Die Yeti-Königin trägt mich jetzt als Schal. Sehr schön. Zum Lager zurück. Dann haben wir aber Fortschritt heute gehabt. Ich war selten so angespannt, aber ich glaube, das reicht auch mal für den Part. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da und einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Spelanki2. Bis dann, euer Wolf. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.